So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen Wir haben hier was ganz besonderes für euch vorbereitet, ich habe hier nämlich eine Dose Tote Oma Und ich weiß nicht was das ist, das müsste glaube ich noch von der Bianga sein, also vom Bierschanga Original Schulküche, Tote Oma, Grützwurst mit Kartoffeln Grützwurst mit Kartoffeln Jetzt steht hier, kann man sich mal durchlesen Original Schulküche, traditionelle Rezepte neu belebt Das Konzept hinter unseren Original Schulküche Produkten ist denkbar einfach Mit unseren traditionellen Gerichten, die alle nach Original Rezepten zubereitet werden Möchten wir sie zurück in die Kindheit entführen Ich glaube ich hatte keine Kindheit, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jeweils Irgendwann in meinem Leben, dass ich jemals Grützwurst gegessen habe Kartoffeln, ja das sind diese gelben kleinen Dinger glaube ich In einer Zeit von zunehmend technisierter Nahrungsmittelherstellung Und künstlichen Aromen wollen wir mit unseren Speisen ganz bewusst einen anderen Weg aufzeigen Alle unsere Original Schulküche Gerichte werden noch traditionell aufwendig von Hand Im 100 jährigen Kessel gekocht und ohne künstliche Aromen oder geschmacksverstärkende Zusatzstoffe zubereitet Wir achten bei allen Produkten streng darauf, dass nur qualitativ hochwertige Zutaten in die Speisen kommen Deshalb können sie sicher sein, dass sie mit Artikeln von Original Schulküche Immer ein absolut hochwertiges und reines Produkt nach guter alter Hausmannskost erhalten Im Kessel gekocht, hier sieht man den Kessel nochmal Es gibt auch natürlich Schulküchentomatensoße Es gibt auch die Schulküchensoljanga oder die Schulküchenbierschanga Das ist neu, am besten Zubereitung in der Pfanne empfohlen Oder in der Mikrowelle Die Grützwurst 6 Minuten mit Umrühren in der Gegend rumzerren Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache Einfach echt und schmeckt wie früher Ich kann mich nicht erinnern Dann machen das mal auf, das ist wie so eine Dose Hundefutter Hier mit so einem Bibelwurst dran Den du dann aufziehst Jetzt sieht es eigentlich einfach aus wie Rotwurst Ist Grützwurst Rotwurst, ist das was anderes? Was ist das mit Grütze? Ich dachte, da kommt mir jetzt irgendwas Geleeartiges entgegen Ich habe jetzt hier noch einen Teller Wir können ja mal ein bisschen was hier raus machen Von dieser Grützwurst Wenn wir einmal hier so durchgehen Und das dann hier abheben Sehen wir hier Grützwurst Und das sind keine Fettaugen Das sind Kartoffeln Jetzt schmeißen wir das mal hier auf den Teller drauf Ungefähr so So Und dann kann man das vielleicht sogar kalt mal probieren Schmeckt ein wenig sandig Wenn aber eh empfohlen ist, es in der Pfanne zuzubereiten Kurz ohne Butter in der Pfanne anbraten und erhitzen Ich glaube, ich werde das jetzt wirklich in der Pfanne mal anbraten Dann werde ich vielleicht ein bisschen Senf mit dran machen oder so Aber erstmal muss ich diesen ganzen Inhalt in eine Pfanne werfen So Da ist der Adi Hier ist die leere Dose Grützwurst Guckt euch das mal an Sieht das nicht herrlich aus Da kriegst du direkt Appetit, oder? Die ist jetzt hier in der Pfanne drin Das sieht auch herrlich aus, glaube ich In der Pfanne Die Pfanne wird jetzt erhitzt Das kannst du hier noch ein bisschen rummachen oder so Am besten mit dem Holzlöffel in die Pfanne rein Nicht mit dem Metalllöffel die Pfanne kaputt machen Macht's nicht wie ich Und dann braten wir das mal irgendwie ein bisschen an Wenn sich das anbraten lässt Irgendwie, weiß ich nicht Sieht sehr speziell aus Habt ihr auch schon mal Grützwurst gegessen? Dann schreibt es mal in die Kommentare Erst das Burscht Jetzt die Grützwurst Aber ich glaube, Senf regelt den Geschmack Und dann kann man irgendwie alles essen Das sieht halt echt richtig merkwürdig aus Wirklich, wie wenn ihr jetzt hier draußen rumrennt Und im Matsch irgendwie Spielen geht Und da drin rumknirrt Also Also wer isst sowas? Jeden Tag Gibt's jemanden, dessen Lieblingsgericht das ist? Ja Wo man so hier drin rummatschen kann Und das einfach nur Richtig Schmoderig ist Dieser ganze Ja Ich weiß auch nicht, wie lange man das machen muss Eigentlich nur ganz kurz Ich glaube, wenn ich's noch länger da drin lasse Dann ist gar nichts mehr übrig davon Adi So Vor mir seht ihr jetzt hier dieses Häufchen Elend Ich weiß nicht Das sieht einfach aus wie ein Haufen Kot Ja Lassen wir mal so stehen Euch stellen wir jetzt auch wieder hin Und zwar hier vor Jetzt muss ich mit dem Stab wieder dran machen Boah Ich muss das glaube ich nochmal in die Kamera halten Fürstsamtnähe Das erste Mal Grützwurst Das erste Mal tote Oma Ein Haufen Sehr deliziös Bisher dampft auf jeden Fall richtig Riecht ein bisschen streng Ich kann ja immer kurz nochmal vorlesen Was eigentlich drin ist Das hab ich nämlich gar nicht gemacht Zutaten Kartoffeln Fleischbrühe Zwiebeln 14% Speck 12% Schweineblut 12% Schwarten 6% Schweineleber 5% Mikritpögelsalz Okay Das ist der beste Hartweizengrieß Und Gewürze Ob man das jetzt wirklich isst Und dann noch so eine große Portion Das bestimmt wieder für 10 Leute Zur Not Ich hab Senf Und wenn alles nichts hilft Ich hab wieder die Maddox Soße am Start Da kannst du alles einfach so scharf machen Dass du eh nichts mehr merkst Außer halt scharf So Eine sehr weiche Breige Konsistenz Das härteste daran sind die Kartoffeln Der Rest ist einfach wie Schleim Wie Schleim Wie Matsch Du quetsch dich da durch Ich muss sagen Geschmacklich ist es besser Als wie es riecht Weil geschmacklich Merke ich eigentlich so gut wie gar nichts Während der Geruch Doch ein bisschen muffig Und streng ist Ist es geschmacklich Eigentlich ganz gemütlich Unterwegs Wir wollen jetzt mal ein Stück probieren Mit Senf Damit wir da noch eine schöne Würzige Note dabei haben Der Senf ist eh bald leer Das heißt Ich kann jetzt auch mal schön gemütlich Rein in den Becher Mir hier ein bisschen Senf drauf machen Und dann vom Teller Etwas Oma holen Und das dann kombiniert zusammen essen Ich glaube der Senf ist das Beste Was man da machen kann Schmeckt auf jeden Fall so viel besser Ich werde mir jetzt wohl auch Den restlichen Senf Einfach alles komplett hier drauf machen Und das dann halt nochmal verrühren Oder so Ich sehe wieder die Leute Oder wenn Prime da drauf reagiert Wie es wieder geht Ist das ekelhaft Widerlich Wie kann er nur Sonst was Also falls Prime das sieht Grüße gehen raus Grüße auch an jeden anderen Grüße an die Bierschanger Die das geschickt hat Ihr könnt mir ja mal reinschreiben Wie man das normalerweise isst Und was man da dazu isst Oder ob man da gar nichts dazu isst Weil es sind ja eigentlich schon Kartoffeln dran Oder ob das mit dem Senf eigentlich ganz normal ist Weil da jeder Senf dran macht Und jeder Senf dazu isst Ich habe mir jetzt den Senf hier oben drauf gemacht Ich sehe jetzt aber schon Dass es eigentlich zu wenig Senf ist Ich verteile den jetzt mal hier noch ein bisschen Dass es eine schöne Senfnote kriegt Leider nur Oberflächlich Ich kämpfe mich da jetzt durch Also kein Problem Immer Stück für Stück Nehmen wir wieder hier unten ein kleines Schäufelchen Das werdet ihr jetzt nicht alles sehen Wir werden das gleich beenden Es ist geschmacklich ja nicht mal eklig Geschmacklich ist das ja eigentlich vollkommen okay Es ist halt nur die Konsistenz wirklich Dass das alles nur so matschiger Brei ist gerade Und der Geruch halt ein bisschen Wenn ihr das wirklich esst Ist das jetzt kein schlimmer Geschmack Es hat sogar wenig Geschmack Und jetzt schmeckt es eh alles nur noch nach Senf Trotzdem irgendwas sehr untypisches Meiner Meinung nach Was man jetzt nicht jeden Tag isst Oder was jetzt nicht so In der Szene bekannt ist Vielleicht habt ihr das früher gegessen Als Kind Ich nicht Schreibt mal eure Meinung da rein Wie findet ihr das? Wirdet ihr das auch essen? Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin Ah Heiß Peace out Euer Ramses Und danke Bierschanga Für diese tolle Erfahrung Ohne dich hätte ich das nie erlebt Und kann jetzt auch sagen Wie früher beim Muttern Tode Ommes Ciao Ich bin nochmal kurz zurück Ich muss aber sagen Der Senf ist trotzdem viel zu wenig Also ich finde mit dem Senf schmeckt es gut Ohne den Senf ist es jetzt nicht so Besonders Und mir geht es jetzt auch nicht um die Schärfe Aber damit trotzdem ein ganz anderer Geschmack da ist Mache ich jetzt trotzdem was Von der Mad Dog Soße hier drauf Vielleicht wieder drei Löffel oder irgendwas Schauen wir mal Wie viel wir hier hin zaubern können Da müsst ihr halt wirklich vorsichtig sein Mit der Dosierung So einen Tropfen Zwei Tropfen Drei Tropfen Das reicht auch schon Falls ihr das jetzt gesehen habt Da wird die auch irgendwann mal leer Dann haben wir drei Tropfen Mad Dog Soße drauf Da Da und da Und das jetzt alles rum machen Und da nochmal probieren Aber das mache ich jetzt ohne die Kamera Weil ich muss jetzt essen Sonst wird es nämlich dann kalt Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Peace out Vorhaut Euer Schmieriger Guckt euch das doch an Das ist doch so herrlich Wie man da drin ist Und wir sind Sandgurk bauen Baut die Sandgurk los Überall wo du Senf siehst Musst du nochmal rum machen Musst du nochmal rein Musst du nochmal Basteln Ich hätte es auf dem tiefen Teller lassen sollen Glaube ich Ja komm egal Wir probieren jetzt trotzdem mal eine Fuhre hier mit Mad Dog Soße drauf Okay Jetzt habe ich hier vorne Ich werde den Löffel rein nehmen Hier vorne fängt es direkt an zu brennen Und hier hinten hast du überall Matsch Total komische Kombination Trotzdem jetzt ist die Soße drauf Jetzt muss man es eh essen Das kommt schon gut nach einer Zeit Das war es jetzt von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace out Weil vorhaut Euer Matsch fräsender Ramses Bis dahin Bis dahin Bis dahin